hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde wir machen jetzt eine kleine schöne aktion vom händler hier stromzufuhr achso zwischen 22 und 21 gut dann machen wir das halt nicht dann fahren wir jetzt erstmal kurz noch mal richtung stadt in dieses große gebäude weiß ich was das ist modehaus oder so keine ahnung modegeschäftchen da fahren wir mal hin so mal gucken was es da gibt ne und dann könnte man eigentlich einmal hier einschneiden demnächst oder das teil jetzt gehen wir erst mal hier drüben ins wie heißt's savage country richtig gut hallo wir wollen was kaufen ist jemand da warte mal ich habe hier so eine wunderbare waffe oh jawohl das lohnt sich doch schon kasse leergemacht kommt schon wieder abzischt ist da gar keiner hier hallo ich bräuchte mal ein paar neue schlüpfer ist denn jemand da wasserchen wunderbar aber gibt's ja das so eine große bude okay mensch hier doch jetzt wo dann ach hier unser freund ja wo sind sie doch noch ich höre sie doch die biester wo seid ihr denn da hast du gesehen dahinter sind sie kommt doch mal raus da hier komm hier raus komm ja ruhig mal kurz drauf ich bin hier oh gibt's hier was von uns spring mal spring mein freud spring jetzt hier hoch ne ne dey ist aber dunkel hier drin ne leute was geht denn ab jetzt blöder unterdaufer ehrlich stirb irgendwas trifft mich von unten du blöde zau du dicke zau du blöde du gläder satt mit deinem komischen lover hier arm junge zwei kleinen schwanchen so und hier ohne umkleide findet man hier was gutes so nix gescheites aber nein wo dann jetzt schon wieder ein papier man ja bruder guck hallo uns wort ja immer gekriegt ist das gut der will 1 wahrscheinlich nicht ne also wenn ich gerne mal gucken ihr vergleich zu meinem typ mir hier so dass er zehn komma und das hat acht komma ist jetzt die große frage maximale haltbarkeit hat der hier den wir aufhaben mehr würde ich mir trotzdem mal aufheben die legen uns mal zur seite was ja nie so jetzt machen wir hier die axt erst mal hierbei immer kurz hingeguckt was soll das ach so juckersaft das will ich nicht das nehmen wir mit hier mal aufgeschlagen nix hier nix und hier mal kurz geguckt die dinger hier eine marmitte verkaufen ich verkriege mir jeld von hier so dass jeder handschuh ganz damen kollege auf ich dir alles beweglichkeit kannst du haben wir sind beweglich und schnittig wie ein puma dass du bist geschwätzte aber naja was jetzt mal hier was drinnen baue ich jetzt auch nicht ab keinen bock drauf so dass hier die lade ja ich rum bin schon wieder darum hast gehört jetzt mal ist umgeschmissen hier soll jeder wissen dass wir da sind so gut kein tresor leider noch mal ja 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 richtig bist du dann bist du denn du kledest ja hier ja hier guck mal dahin musste mal zu machen nicht auf mich zu rennen hier mein freund da hinten hier ist ein loch in der wand das machst du dann ja nicht so rum zu der pause hier stürzt alles ein er hier guck mal drunter gefallen die andere war für die hier der tod oder neben geschossen hast gesehen werden nicht ohne wechsel baum hier guck mal cool wo das ist so ein ausstellungsbereich so wollen wir es mir drüber tänseln zack 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 hier rüber geht es hier oder müssen wir hier rein ich glaube nicht oder ich weiß es nicht immer herum wenn wir schon sehen hier soll es drüber springen und dann nach da noch da und wir gehen versuchen es mal also einmal hier gebrochen passiert naja ach ja da müssen wir ins ist das auch geklärt hat sich das ja auch geklärt kommen wir hoch daher da ja ich hätte da oben hier nach da gehen müssen wir versuchen es noch mal ansonsten könnten wir ja dings machen die unsere wie heißen sie dann diese rahmenblöcke da aufbauen sehen wir doch ein scheiß haus da will ist noch da guck das nehme ich mir das ja mal mit kann man pflanzen sie jemand drinnen und schütz oder gehen wir halt wieder durch kommen ich jeden kommen nicht wusste ist egal kommen ab nach oben wir haben jetzt keine zeit wir wollen da hier luten 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 aus hier kann man hier umgehen kann man nicht wir versuchen es noch einmal wir wissen jetzt wo unser ziel ist da hinten in der ecke dann hier rum das guck mal hier habe ich gar gesehen lauf leider jucke da fallen da runter jetzt sie ist ja auch keine dafür hierher gehen soll man kurz geguckt ich bin jetzt da also alles was man uns bekämpfen wir können sich schon zeigen ich glaube hier ist nichts los oder da bricht ihr doch nichts wo dann da geht es uns mal in den enden 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 das muss man es aus dem aus der haus macht ich nicht mag ich mal nicht weg mache ich weg Alter. Nur nicht, wir sterben jetzt. Leute, da sind sie, guck. Ach, hier, du Gliederhalber, du kriegst jetzt eine als Strafe. Da, guck sie dir an, die blöden Hunde. Ja, Idioten. Kann ich halt durchschießen? Jo, geil. Hey. Kommst du ja jetzt her, Alter. Kommt jetzt alle her, hier. Gerade nach, die Murmel. Wackelt doch nicht so. Bist du tot jetzt? Ich muss mich jetzt jemanden die anderen Sachen kümmern, Alter. Oh, die blöden grünen Säcke, Alter. Verschwindet. Das kann man schon mal schön nebenabziehen. Oh, die ist schon mal weg. Geil. Du bist auch tot? Immer noch nicht. Störb doch mal, Mann. Das geht doch nicht. Ey. Bleib da drin, ey. Gott sei Dank. Junge, 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 ey. Da rechne ich aber auch immer nicht mit diesen blöden grünen Säcken da. Alter, ja. Junge, Junge, aber jetzt müssten wir Ruhe haben. Da kann man gucken, was wir jetzt kriegen schönes. Wäre geil, wenn es sich lohnt, ne? Unser ganzer Aufwand hier. Ja, ja. Was hast du jetzt schon wieder? Hier, nimm doch so ein paar Pännchen. 33 Minuten, 32 Minuten. Na wunderbar. So, hoch hier. Oh, da wird doch voll eine von Latz gekriegt. Ihr, was? Ja, was habe ich denn jetzt genommen, dass ich die Infektion runterkriege? Habe ich mir da genommen von lauter Aufregion? Da freut sich da hier, ne? Das geht doch runter, oder nicht? Das muss ich beim Aurobehaltung jetzt hoch. Will nichts Falsches erzählen. Was ist denn da nix? Doch, es geht runter. Was habe ich denn jetzt soffen? Da habe ich mich nicht daran erinnert, dass ich irgendwas getrunken hätte. Aber ja, gut. Umso besser. Werkt gesund, mein Freund? Gibt's doch nicht. So. Das haben wir uns aber jetzt verdient hier. Was machst du denn da unten schon wieder? Wo kommst du denn eigentlich als Herr? Huch. So, tschüss. Waffe nachladen, vorsichtshalber. Nicht, dass noch jemand da unten drinnen rumhüppt. Lad nach, das Ding. Da kommt da so eine Patrone. Jetzt war das so blöd. So, da bin ich wieder. Oh, hier. Von der Tante, ne? Die nehmen wir doch hier. Alles zum Verkauf. Hm. Blutbeutelchen. Alter Falter. Verschlossen, na prima. Sieht so aus. Nehmen wir. Jetzt gucken wir erstmal grob drüber, was es hier schönes gibt. Guck mal hier. Jawohl. Geschossspitzen, so wie sie heißen, ne? Ja. Wunderbar. Ah, hier ist so ein bisschen Munitione, hä? Haben wir uns in Munitione hingeladen? So, komm. Nicht lange rummachen. Klar auf die Tante hier. Zack. Zack. Und? Jawohl. Oh, sehr schön. Hat freut mich. Zack. Zack. Auf damit. Noch mehr davon. Und hier. Kennen wir schon. Können wir verkaufen. Basie können wir auch verkaufen. Und diese Taschenmod, die können wir uns da eigentlich schon anlegen. Lass mal kurz gucken. Wo wir die draufschmeißen könnten. Verändern. Hier geht's nicht. Warum auch immer. Geht es denn hier drauf? Hab ich überhaupt noch nicht? Hab ich gar keinen Platz mehr, glaube ich, ne? Hier könnten wir vielleicht noch Glück haben. Äh, verändern. Äh. Ne, würde ich auch gehen. Das drauf auf die Hose, oder was? Hier vielleicht. Kann man die verändern? Auch nicht. Ja, bleibt ja nicht mehr so viel übrig, wo es drauf könnte, ne? Hier. Ah. Guck. Haben wir das da auch geklärt. Wunderbar. Abschließen. Super. Das habe ich ja jetzt eigentlich angezogen. Ich habe ja nicht drauf geguckt. Das hier, ne? Taschenmod für Rüstung. Ja, wunderbar. So, da haben wir jetzt überall hingeguckt, ne? Zack, 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 zack. Die Truhe klopfe ich gleich auf. Was haben wir hier noch Schönes? Ist das gut hier? Ist das besser was? Nö, ne? Nö. So, haben wir hier noch ein bisschen Zeug. Wo war hier? Stoff, Stoff, Stoff. Weg da mit dem Mist. Dahin ist noch was. Eisenbein-Schien, Leute, Leute, Leute. Wo war hier? Äh. Könnte ich ihn jetzt mal hier lassen? Steine lasse ich hier. Das lassen wir mal hier. Das lassen wir mal hier. Du kannst du unten drauf. Ach, hau dir so ein Yooka-Gelumperin. Es geht hier drauf. Wunderbar. So. Haben wir hier nochmal kurz hingeguckt. Das ist wie eine Artebuchse. War sie kaputt. So. Was haben wir dann jetzt hier noch? Äh, das Teil. 7.000. Habe ich dann echt keine Möglichkeit. Ich habe echt kein Ding. Sie muss mir unbedingt mal Dietrichen mitnehmen, ne, Leute? Äh. Das würde so und so nix. Ja gut, dann, äh, weiß ich ja, was ich zu tun habe. Ich klopfe mal hier drauf weiter rum. Ganz fleißig. Eins, zwei Schläge sind es noch. Und schmuck die Wupp ist die Bude offen. Ja, nehmen wir mit. Na, vierer Baseballschläger. Kade Marmelade. Aber ist so, ne? Gut. Dann hätten wir hier so im Großen und Ganzen alles rausgefischt. Hier, mach kleine, mach kleine. Soll das kleine machen? Was ist da los? So. Kade. Ja, völlig ausgerastet. Junge, was ist da los mit dir, ey? Hier noch ein was. Schade. Ich dachte wirklich, wir würden hier mehr finden, um ehrlich zu sein. Na ja, pech. Aber ich tut da jetzt hier nicht rum. Boah, blödes Vieh hier. Echt, habe ich jetzt gedacht, wo noch was hier steht. Na ja, schade, schade. Also hier, gibt es hier noch was zu holen? Darin geguckt. Nö? Hier nicht da was. Das Holz. Hölzchen. Na ja. Wurde raus hier. Raus aus der Bude. Ach hier. Das Ding kann ich da abbauen, wegen Dings, ne? Ähm. Wegen. Der Säure, ne? Na, gespannt, ob wir Glück haben. Und? Ne. Leider nein. Leider nein, leider gar nicht. So, komm raus hier. Ah, wunderbar. Off, off, das Ahle-Biest. So, siehste. Siehste, siehste. Das heißt, waren wir ja auch drin. Haben wir denn hier noch irgendwo? Ich will mal kurz hier runterzischen. Weil ich nicht mehr weiß, was hier unten alles war. Ne, das geben wir uns auch mal vor, da hinten im Hintergrund. Das Hotel da. So, Karls Kars, da waren wir ja. Moin, du kleines Häschen. Na, was ist denn auch ein Ausfluch? Hier ist ja gar nichts los, ne? Die ganzen Zombies. Das Feiertag, ne? Ah, uch. Was machst du denn jetzt? Hallo? Ihr Zombies. Da hinten waren wir drin, ne? Was ist hier hinten noch irgendwas? Guck mal, Mama, was hier ist. Fahr mal hin. Los. Oh, langsam, Junge. Treibst du nicht, ey? Nur hier ist auch nichts, ne? Komm, dann gehen wir doch mal hier in so ein Haus, in so ein Hausring. Mal vorbeigucken, ne? Immerhin ist es, ähm, Nachbarschaft im erweiterten Sinne, ne? Oh, guck mal, da ist die Kirche. Kommt der Farbe dahin, ne? Ach, hier. Harald, moin. Ja, ja, ich hol Brötchen. Bis dann. Da lacht ja einer. Oh, da lacht ja einer rum. Ach Gott, Entschuldigung. So, runter von dem Esel. Jetzt kommt der angelaufen. Pass auf, ich schieße mir jetzt einfach ab. Und. Zack, dude. So, Harald. Dein Biste, komm, kriegst du auch deine Kugel. Einmal. Was machst du denn jetzt? Versteckelt es sich? Guck. Harald. Sag mal. Das Bein wird geschossen. Wo ist er denn jetzt? Mach dir dann du. Tschüss, mein Freund. So, heute ist nichts in der Kirche angesagt. Hat so ein bisschen was, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Far Cry, ne? Welches Far Cry waren das? Fünf? Das ist fünf? Ich glaube, oder vier? Ich weiß nicht mehr genau. Hat auf jeden Fall so ein bisschen was davon gerade. So, wo für den? Das alte Bude hier. Ja, hau schön drauf da. Bin ich ja mal gespannt, was dahinter zu finden gibt, ne? So, hier, Türhof. Ich hätte vielleicht ja der unternehmendran aufhauen können, ne? Hä? Ist da nicht jemand? Ach da, siehst du, der halbe kam von oben von der Decke runtergefallen. Ja, komm her, mein Freund. Da ist er, guck. Ja, du übertreibst doch nicht. Ah ja, hier. Tschüss. Aha. Was hast du denn da oben gemacht, ne? Oh, guck mal hier. Könnten wir uns da extra Punkte holen, ne? Äh, ja. Stirb. Stirb. Äh. Das hast du dir verdienen. Ich mir auch. Wie klein Schweinchen. Kommt er da noch? Ah, ja, wenn er. Moin. So. Wo sind meine Pfeile? Ja, damit. Hier, du hast auch noch einen Pfeil im Kopf bestecken, bestimmt, oder? Wo bin ich der dann da? Och Gott, oh Gott. Junge, Junge, Junge. So. Ist ja offen. Ich hau da die Türe auf, weißt du. Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Ehrlich nicht. Ich hau da rum. Muss einfach nur hier reingehen. Eieieieiei. So, jetzt verschlossen. Die hau ich aber jetzt auf hier, mein Freund. Auf die Bude. Zack, zack. Oh, Bücher. Vielleicht haben wir Glück und finden noch eins. Guten Tag. Oh, da geht's nach unten, ne? Hier, Papier könnt ihr behalten. Ja, hier, guck mal. Bauplan, Lederrüstung. Na ja, gut. Lernen muss er einfach mal, ne? Hier. Äh, Bau, bekräftigter Griffmord. Jo, 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 jo. Lernen wir mal. Schuss. Schmeiß ich auch noch. Schuss. Noch mehr? Ja. Pater. Sitze da. Schiff. 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 Am Kacken. Verstehst du? Ihr. So. Ihr spricht das ein Gebet. Bla, bla, bla. Ich muss kurz nach hinten. Hier muss ich was auffüllen. Was weiß ich? Wein, wir haben mal so Türen zu. Erstmal schön deine Hände geflammt, weißt du? Und die singen alle hier. Also ich sage Ave Maria oder so. Oh, ne, ja, kackt da schön, ey. Jürgen, jürgen, jürgen. Hey. Dann ist er noch. Der kommt einfach draußen, ne? Ich sehe keinen. Sollte vielleicht nicht so verschwenderisch mit einer Munition sein, aber was soll's? Komm, ist egal. Ist doch wurscht. Oh. Was seid ihr für ein riesen Bunker? Blöder. Blöder. Das ist noch einer. Kommt er dann her. Kommst du dann her, Junge? Wo kam er dann jetzt her? Naja. Was ist denn die Geschichte? Was hat er hier gebaut? Hallo. Aha. Noch so einer. Tschüss. Eieieieiei, Leute, ey. Also verhanzten Schuhkante behalten. Sag, wo bin ich hier? Alter. Gott sei Dank habe ich eine Waffe, ey. Boah, jetzt habe ich mich erschrocken. Alter, wie verwinkelt ist denn hier, bitteschön. Die Bude, alter. Der Köln, da halte ich auch geprägt. Das sage ich dir. Guck mal hier, was der für den Gänger hat. Ist ja heftig. Wo kommt ihr denn bitteschön her? Alter, hat den Kopf getreht. Sack. Hier sind wir so mit den Leuchter. Hier bist du ein auf den Sack, Junge. Was ist das in des Wortes? Oh, Käffchen. Na, trinken. Dann trinken. Wie sitzt du denn eigentlich hier? Was macht er an der Wand sitzen? Er macht Wand sitzen. Das geht aber ganz schön in den Oberschenkel. Das kann ich dir sagen. So, komm, weiter geht's. Verschlossen. Jetzt nicht mehr. Was hat das hier für ein Okkult, alter? Hier geht da irgendwas nicht mit rechtem Ding zu. Ich renne jetzt hier einfach mal durch, wie so ein Blöder. Da hole ich mir die ganze Truppe herbei. Ich weiß nicht, ob hier schon wieder einer Leuchte in den Augen hat. Was ist denn er da an hier? Tschüss. Tschüss. Wer lernt nach? Tschüss. Hey. Tschüss. Tschüss. Alter, Alter, ich wusste es. Ich wusste, dass es einen gibt. Was machst du dann hier? Ist aber nicht gesund für den Arm. So, gefähr das Zeug. Wunderbar. Brauche ich nicht. Hier, warum habe ich ein Papier hier drin? Da will ich nicht. Weg damit. Hunger. Hunger hast du, mein Freund. Wir haben aber nichts, was du essen könntest. So kannst du das essen. Nee. Oder? Ich sehe jetzt nichts. Über Pech gehabt. Musst du hungern. Was ist hier für eine Art? Putz. Was ist hier? Oh, was haben wir denn hier? Bauplan. Kompondbogen. Alter, wie geil ist das denn? Lerne es, du kleines Säckchen. Was haben wir hier schönes? Was ist das denn? Geht es da auch noch? Nee. Was ist das hier für ein Gewölbe? Also wirklich hochinteressant hier. Geh mal hier hin. Huch. Mal hoch hier, die Bude. Hallo. Ist ein anderer Fahrer da? Ich muss mir was erzählen. Ich muss mal beichten. Ich habe mich hier draußen. Oh, hier, guck mal. Nun, maximaler Schaden verursacht sich. Ja, ja, lerne doch. Lerne mal auch. So, komm, weg mit dem Mist. Ich muss beichten. Ich habe hier alles Koch zu klein geschossen. Auch schon wieder in der Kiste. Mach zu. So, dann hauen wir auf hier. Zack. 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 Und. Zack. Zack. Bin mal gespannt. Brauche ich nicht. Kannst du gleich machen. Äh, oh hier, noch was. Lernen wir ja richtig was, Leute. Schockrückschlagmord. Fertiger einen Schockrückschlagmord für Stock... Ach, ne, Schockstäbe brauchen wir nicht. Kann ich das mal mitnehmen. Das nicht. Bleibt's hier. Und was ist hier noch schönes? Lernen bleibt hier. Oh, die würde ich gerne mitnehmen. Dann kann das hier bleiben. Dann kann das mit. Das kommt mit. Das kommt mit. Wie sieht unsere Haki aus? Ganz gut. Gut. Das darf da bleiben. Das kann zu Holz werden. Und, 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 und. Die Gläser schmeiße ich noch raus. Den Helm hier. Ähm. Zack, zack, zack. So, gut. Ähm. Ja. Wissen wir, was das heißt? Hier ist auch wieder eine Ewigkeit, wo ich drauf rumkloppen muss. Äh. Mache ich jetzt noch schnell. Und hole ich dazu, genau wie eben, kurz bevor das offen ist. Also bis gleich. Zwei, zwei, drei Schlägchen nach wem. Und wir haben die Truhe geöffnet. Zack. Da hingeguckt. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Und nehmen wir auch mit. War okay. Ich habe gerade feststellen müssen. Oh, guck mal da. Es ist 23 Uhr. Äh, 22 Uhr. Mach auf hier. Und ich bin jetzt nicht wissen. Warum kann ich das jetzt nicht zumachen, Alter? Was uns jetzt noch hier erwartet, ne? Und wir sind wir draußen. Mach zu. Ich höre jemanden. Außen kommen sie jetzt an. Wetten. Lad nach, lad nach. Komm, mein Freund. Lad die Scheiße nach. Hier ist dicke Erna. Und das ganze Trupp, Alter. Ist ja jetzt ab hier. Tschüss, ey. Huuu. Alter, was ist da jetzt los hier? Da kommen noch mehr. Oh Gott, oh Gott. Bleib gleich liegen. Wie sie runterrutscht. Noch mehr? Ja, ja. Da kommen noch mehr Leute. Wo sind wir denn hier? Bup. Oh, das war mal lässig. Das war lässig, mein Freund. Komm aus. Moin. Wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn? Ah, hier. Guck mal an. Guck mal einer an. Wir haben aber noch am Eingang, meine ich, ging es da nach oben, ne? Hier, zu der Glocke da oben. Da gehen wir auch mal hin. Ist einer hier hochgehöft? Kletter, kletter, kletter. Und jetzt? Stehen wir hier. Klasse. Was ist denn das da drüben? Gehen wir da mal hin? Da gehen wir da auch mal hin. So. Dann hier runter. Wunderbar. Und nun? Okay. Das wäre der Weg gewesen, den man hätte nehmen sollen, anstatt die Tür da aufzuhauen. Jo. Oh, kann man ja nicht wissen, ne? Das ist so einfach, ist manchmal so, zack, über das Taufbecken geht, jumpt. Schwuppdiwupp, Köpfchen runter, hingestellt. Und ich züche jetzt nach Hause. Möchte auch nochmal drauf hinweisen, dass ich jetzt nur noch samstags ein Video bringen kann. Das heißt, samstags 18 Uhr kommt 7 days to 3. Was anderes ist absolut aus Zeitgründen nicht möglich. Und ja, das wollte ich euch nur noch mal sagen, dass ihr euch nicht wundert, warum jetzt hier an den anderen Tagen, wie es sonst nichts kommt. Also wie gesagt, immer samstags 18 Uhr 7 days to 3. Und wenn euch diese Runde gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und ein Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Ich freue mich auf euch. Bis dahin und tschüss.